Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Gestern ist ja das Gerücht aufgekommen, dass Stefan Leitl-Greuter Fürth wohl verlassen möchte und auch ein heißer Kandidat bei uns Schalkern sei. Denn klar ist ja, wir suchen im Sommer einen neuen Trainer. Laut der Watz ist aber Leitl kein ernsthafter Kandidat für den Trainerposten bei uns Königsblauen. Sie nennen zwar auch keinen anderen Kandidaten, der vielleicht passen könnte, skizzieren aber so ein bisschen, inwiefern die Suche bei uns Schalkern läuft. Also welchen Trainer Schalke spezifisch haben will vom Profil her. Denn Rufen Schröder wie auch unser Sportvorstand Peter Knebel planen bei der Suche nämlich eben nicht zweigleisig. Es wird also ein Trainer gesucht, der für die Bundesliga oder für die Zweitliga zur Verfügung stünde und unabhängig von dem Erfolg zum Saisonende hinkommen würde. Wichtig sei außerdem, dass ein neuer Coach bereits Erfahrungen im Umgang mit Krisen gesammelt hat. Deswegen glaube ich auch, ist so einer wie Bartosz Gaul, den man bislang nur von zweiten Mannschaften oder Jugendmannschaften kennt, eher kein Kandidat. Und auch nochmal, was natürlich für uns Fans immer interessant ist, eine Schalke-Vergangenheit, die sei nicht zwingend notwendig. Weil man eben das auch natürlich auffangen muss und möchte mit Leuten wie Mike Büsgens, Gerhard Asamor. Deswegen soll der Trainer auch nicht zwingend eine Schalke-Vergangenheit mitbringen. Und wichtig, wenn man schon über Mike Büsgens spricht, ist eben auch, dass dessen Mittag bei dem Trainerstab jeder neue Chefcoach auf jeden Fall auch akzeptieren müsse. Und somit ist das mal das Profil, welches die Watt so ein bisschen skizziert hat, welche Schalke wohl nutzen wird, um einen neuen Trainer zu finden. Und Stefan Leitl ist wohl aktuell kein ernsthafter Kandidat, genau für dieses gesuchte Profil. Eure Meinung dazu? Geht mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf! Anna Le Schalker